Willkommen zurück zu Let's Play Doom 3 Resurrection of Evil Okay, ähm, ja, wir haben ja sehr viel Health, wie man sehen kann Und dementsprechend muss ich gucken, dass ich schnell irgendwie ein Medipack finde, sonst werde ich perforiert Und zwar fix, 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 hop So, ihr seht schon, komm, ich krieg gleich sowieso ein Bitch-Slapp und bin tot Da ist meine Heilung Da ist meine Heilung, weg Schnell, ah, ich lebe, ich bin unsterblich, ihr Knechte Hallo Oh, sonst noch jemand hier? Nein? Okay Das ist aber ein netter Ausblick auf einen Tor Ja, holen wir nicht den trainierten Soldaten, der schon die vollkommene Erfahrung mit der Hölle hatte Und auch schon da war Nein, schicken wir noch einen einzelnen Marine da runter Guten Tag Ist da jemand? Hallo? You got to be fucking kidding me Oh, ja, klar, natürlich trifft er nicht Chaosairoo Kom her Chaosairoo Boom Au Wie er hat mir das Doppel-Läufigt ins Gesicht Sicherheitsversiegeln Fenster aufgemacht Hat mir jetzt auch nicht viel geholfen Hat mich jetzt Au Unpassend, sehr unpassend Ist das ein Zielsuchwurf? Stupid Demon Demons Super, da kann ich jetzt gar nicht mehr hoch Jetzt bin ich schon wieder zur Hüfte tot Ladies and gentlemen Was sie nicht wollen, ist permanent mit Dingen Angeworfen zu werden Oh, schon wieder einer Screw you on You will face the wrath of my shotgun Können ich jetzt wenigstens Fühlst du mich verknackert, what the fuck Was macht diese Geräusche Sie verursachen Oh, mein Kopf ist doch gut What the fuck, wo kommen die denn zu? Ah, Medi-Kids Jeez Okay Also offensichtlich kommen wir irgendetwas sehr nahe Sonst würde ich ja nicht die ganze Zeit so bombardiert werden mit Feinden Warum hört die Musik so ganz plötzlich auf? What the fuck? Gar nicht erst zu Ende reden lassen, direkt aus dem Phobos-Labor raus Ich hab keinen Bock abzukratzen Ich hab keinen Bock abzukratzen Phobos weil ich direkt bombardiert wurde Weil ich direkt bombardiert wurde Okay, warm und warm So Ist hier oben irgendwas für ein Terrasse? Zeug, immer Zeug, alles einsammel Erst was man kriegen kann Oh Sauerstoffgehalt sinkt Temperatur minus 40 Grad und Falle Das ist schlaß Oh Oh So, mein Gott, bei dem ganzen Krach hört man gar nichts. Ich höre mich selber noch nicht mal. Ach, mein Gott, ist doch jetzt in Ordnung hier. So. Sterb. Sterb doch. Komstuck. Jetzt mich verkaufe. Okay. Oh mein Gott. Au, 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 nein, 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 nein. Ey, das ist so... Was sind die hier aus? Sieh du überhaupt nichts, mir nur eine Explosion, hörte ich schrei und geballert. Marine, bitte melden. McNeil an Marine. Marine, ich habe soeben massive Energiefluktuationen in Delta aufgeschnappt. Eine Art Fluktuation, die ich sie noch nie gesehen habe. Das stimmt was nicht. Was ist so? Ja. So. So. Reloaden und vorrücken. Wir müssen jetzt vorsichtig kämpfen. Ich darf mir keine Todesvisiken erlauben hier. Hauptreaktor umgehend wieder hochfahren. Genau, dann hier. Da, 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 da. Oh! Gute Nacht! So. Und wieder gute Nacht. Gut, diese Fähigkeit ist, glaube ich, jetzt gleich hier vermehrt einzusetzen für mich. Oh mein Gott! Screw you all! Screw you! Oh! Ah, shit! Okay, ja, die sind nach wie vor immer ungemütlich. Das waren sie auch schon in den alten Dugenteilen. Achtung! Sauerstoff geheilt sinkt! Temperaturen... Und... Und da, 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 da... Und da, da, da! Scheiße! So. Den Toten absorbieren. tut mir leid, eure körper müssen einem höheren zweck dienen so, hier ist nichts, da ist nichts, Tür so, nachdem wir die jetzt alle hier fertig machen ist noch einer, kleinen Moment bitte dich habe ich auch gesehen, Nummer 3 wie die übertreiben, das ist ja mehr als die Duden 3 Zielbereich wählen vom Fokuslabor geht es nur zum Delta Komplex dementsprechend geht es halt nur über den Delta Komplex, also auf, auf Delta Komplex, unbekannt, Forschung der Union Aerospace, der Delta Komplex ist immer, der hat sofort schon seine Richtung auf dem Markt, Sektor 1, das hält die Dingens hiervonlichtens wert, aber gut the fuck ob ich denn seine Stimme schon nicht mehr hören kann ja gut, Leute, an der Stelle werde ich diesen auch die falsche Läufe, werde ich diesen Part erst mal wenden ich danke für das Zuschauen ich hoffe es hat euch hat euch gefallen oh Mensch so, jetzt aber ich hoffe es hat euch gefallen ansonsten bis zum nächsten Mal ciao